Es heißt Spongebob gegen den Burger-Aparello. Also Spongebob-Breat-Burger. Konzentriert auf dem Grill. Da schrat er vor einem Laut, der war schaurig und schrill. Was ist hier los? Was kann das nur sein? Eine Burger-Bratmaschine mit schickem Design. Er versteckt sich dahinter. Er tritt nun ins Licht. Es ist unser Tadeus mit der Akne im Gesicht. Hey, was soll diese Gerätschaft, die du da angebracht hast? Ein Wunderwerk der Technik. Nie wurde ein Burger je schneller gemacht. Und wie sind die Burger? Ja, schmecken sie denn auch? Sie würden gern probieren? Ab damit in den Bauch. Schmeckt wirklich sehr lecker, das muss ich sagen. Nur liegt er mir nun wie ein Stein im Magen. Aber einen guten Burger-Brater, den hab ich doch schon. Ach, das Gerät hier ist viel schneller und kostet keinen Lohn. Klingt in der Tat entzückend. Doch was willst du dafür sehen? Sie feuern Spongebob und sagen ihm, er soll gehen. Von einer Maschine um den Job gebracht. Nicht mit mir, denkt sich Spongebob. Das wär doch gelacht. Er schiebt seinen Grill aus der Küche und schreit. Das bedeutet Krieg. Apparello sagt, bist du bereit? Als Starter ist Mr. Krabs grandios. Er hebt die Fahne und ruft. Achtung, fertig. Ja, sind jetzt schnell legt Taddeus den Hebel um. Er fühlt sich sehr schlau und lächelt stumm. Den Pfannenwender fest in der rechten Faust. Haut Spongebob mal rasch 20 Klopse raus. Man zeigt sich begeistert. Wow! Nur Patrick muss pullern und wirkt irritiert. Es rumpelt und rasselt in dem Apparat und schon hat er die erste Ladung parat. Da steht Verblüffung in Spongebob's Gesicht. Doch dann ruft er... Nein, mich besiegst du nicht.